ja wir kommen zurück ja ich weiß eigentlich auch nicht was ich hier mache also ich werde auf jeden Fall irgendein Bild bearbeiten, gleichzeitig mit euch reden wahrscheinlich noch irgendein Video bei YouTube raussuchen, wie ich es gerade tue und wenn ich hier komplett alleine bin, werde ich vielleicht noch so eine Träne vergießen durch diese Scheiß-Song-Rabber wer schon mitbekommen hat von Fox Adventures, ich bringe ein neues Spiel raus genau das werde ich jetzt ummodifizieren ich werde Zeichnung draus machen, glaube ich zumindest also ich weiß nicht was ich draus machen werde aber gehen wir erstmal auf das hier ein wieso sieht es bei mir immer so scheiße aus wunderschön wunderschön Hilfe das ist hässlich was a Ich trinke einen Kollaps, Alter. Nee, ich mache mir das komplett weg. Und umranden ist einfach so leicht, damit es animemäßig aussieht. Sad. Das ist alles spontan ausgedacht. Und jetzt verstehe ich auch, was die meinten mit Fantasy-Wolf und diese Fuchssachen. Ich dachte, es wären neue Pads für Horse Riding Tates, wo ich gebannt wurde. Ich muss da eigentlich leiser sein. Wir haben gleich schon 9 Uhr. Meine Mutter bringt mich um, wenn die mich hört. Irgendwie war sie krank, aber irgendwie auch nicht. Ich bin durch den Hagel gefahren. War recht geil. Merkt man vielleicht. Das sieht recht gut aus. Danke, Werbung. Was ist das? oh gott nicht schon wieder eigentlich sieht es ja recht nice aus habt ihr irgendwelche anime empfehlungen für mich auch wenn ich eigentlich voll viele animes gleichzeitig kucke ich glaube ich gucke zurzeit acht animes warte ich muss kurz in meinen kopf rufen sechs davon sind noch nicht beendet von diesen acht animes ich habe mir eine feste freundin gesucht auch wenn ich selber mädel bin ich darf das wird immer noch depressiv wie scheiße es könnte doch gut werden ich höre gleich noch mal wieder mir ist wieder etwas eingefallen was ich brennen könnte kennt ihr das wenn ihr einfach so scheiß lehrer habt und die einfach nur umbringen wollt wir hatten heute in den vertretungs lehrer und scheiße ist der dumm wir haben fünf arbeitsblätter bekommen sollten wir bearbeiten was mal sollen wir bei dem machen wir sollen einfach zusammen eine halbe bis eine seite zusammenfassung machen für nachrichten das waren drei sachen die da genannt wurden jedes wort jeden satz einzeln aufschreiben oder was aber dann keine zusammenfassung mehr oder das problem was jeder kennt neues jahr datum ich habe auch jetzt eine instagram seite ratet mal wie ich dort heiße ja richtig auch abgehörnchen wir Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber das kennt wahrscheinlich jeder. Was hatte ich zuerst angesprochen? Junge, mein Kurzzeitgelenktnis. Bloß die Musik. Beste Kombi. Ach ja, Instagram. Auf Instagram lade ich immer Bilder von Fridolin hoch. Oder war das Facebook? Nee, das war Instagram. Und dort kann ich auch den anderen Leuten schreiben, die mir über Roblox schreiben wollen. Handynummer. Aber ich würde es euch geben. Aber... Das funktioniert nicht. Und scheiße, Digga. Freitag ist Weihnendienstag. Ich könnte ihr vielleicht so ein Halfter schenken, aber ich habe noch eine Yin und Yang-Kette, die ich eigentlich sie zu schenken wollte, aber... Ist ja eine verdammte Mutter, hat uns die Polizei offen. War jetzt jetzt... Dafür, dass wir einfach nur ihn besuchen wollten. Maya und ich haben eigentlich auch eine Viererbeziehung. Immerhin sind unsere Kühlschränke mit einbezogen. Ja, bis gleich. Endprodukt. Meine Mutter ist gleich hoch. Deswegen muss ich blösteren. Scheiße. Und tschüss. Scheiße. Vielen Dank.